wir sind bei nordsee denn hier gibt es was neues und das steht hier auf dem schild es gibt veganen fisch blendbait fisch mit v geschrieben einmal backfisch baguette und fischen chips wir probieren jetzt beides und dann geht es zurück ins auto ja im vorspann habt das schon gesehen ich war bei nordsee bei nordsee war ich ewig nicht muss ich wirklich sagen liegt daran dass unser nordsee hier in einer so nah in so ein shopping center drin ist in der innenstadt haben wir keinen ja und ich habe für euch veganen fisch gekauft klingt ein bisschen verrückt warum jetzt nordsee auch noch veganen fisch macht ja das war die idee dahinter dass man auch dieser zielgruppe was anbieten kann ja nordsee hat sich dazu einen großen partner gesucht den blende ich euch ja noch mal ein den haben sie sich dafür hat genommen finde ich ganz interessant ist wirklich ein großer hersteller der also der diesen bereich sehr stark angeht und haben euch jetzt ein veganes backfisch brötchen rausgebracht und ein veganes fischen chips menü fischen chips okay die pommes waren schon immer vegan kommt daran was sie frittiert sind am ende noch diese kleinigkeiten und dazu diese kibberlinge oder fischen nuggets noch dazu preislich liegt er natürlich da auch noch interessant 2 euro 99 muss gerade auf den kassenbank noch mal schauen für das baguette das hat er gerade schon gesehen die hier kosten glaube ich 4 99 oder 4 29 ich habe es gerade vergessen ich habe sie aber für 5 euro 29 genommen ich habe die große portion genommen weil ich bei der mittleren oder bei der normalen schon gesehen habe dass er wenig wenig von diesen fischen agents drin sind das ist ja gerade das warum ich mir das kaufe ich hoffe dass er nicht wegen dem pommes obwohl pommes immer gut sind und dazu gibt es vegane remoulade und das ist jetzt das wichtige seit dem ersten vierten ist die remoulade vegan bitte fragt aber vorher nicht dass er dann die normale bekommt weil dann ist es nicht vegan dann hat dann nur ein vegetarisches also vegan soll sie jetzt sein die remoulade und jetzt probieren den ganzen spaß gleich mal aus ihr geht es in die nahaufnahme schaut sie euch einmal an zutaten der wenn der oder zutaten kann ich euch nicht zeigen aber nährwerte blende ich euch ein bevor ich es noch mal probiere und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder darum bis gleich ja und hier haben wir jetzt einmal die sachen in der nahaufnahme damit ihr sie einmal sehen könnt ihr seht also diese ja fünf fisch nugget oder fisch nugget muss man ja sagen ist ja kein fisch ist ein bisschen wenig finde ich im verhältnis also die box ist relativ groß ich finde die portion aber an sich gar nicht so riesig hier ist halt die vegane remoulade typisch in dieser essbaren was ist denn noch mal im bestbaren becher genau und hier haben jetzt hat einer diesen nuggets ich zeige euch den mal so hier sieht man jetzt noch mal von innen er hat also wirklich diese struktur die an fisch erinnern soll sonst unterschiedlich groß fühlt sich aber gut an und hier haben jetzt noch mal den backfisch daneben das ist halt typisch nordsee wie gesagt ich habe den hier schon mal aufgerissen das hatte ja schon erwähnt damit ihr das sehen könnt auch mit der remoulade ihr habt dieses dunkle brötchen ein bisschen salat und hier seht ihr halt im backfisch von innen ja und mehr ist es gar nicht relativ einfach mehr ist ja auch nicht drauf also wenn ich jetzt noch mal drunter gehe dürfte eigentlich nichts drunter sein es ist einfach nur salat mit brötchen und ein bisschen remoulade und den fisch wichtig ist natürlich jetzt wie schmeckt ich habe mir gerade den finger eingesaut ist aber egal wir gehen jetzt ins verkosten ja und da seid ihr wieder ja jetzt habt ihr schon gesehen so sieht der kram also aus gesagt immer kram ist gewiss ist nicht negativ gemeint was mich ein bisschen eher wie gesagt ist diese fisch also diese box zwischen chips ich finde die portion im verhältnis wirklich klein also ich glaube gefühlt ist eine currywurst mit pommes mehr als was ich hier habe das ist so ich habe mir jetzt mehr erwartet von der großen box dass irgendwie auch mehr drin ist aber vielleicht ist das auch standard ich war wie gesagt ewig nicht da wir probieren jetzt erst mal eine pommes also fisch und chips ich blende euch einmal kurz die nährwerte ein ob das so passt kann ich euch nicht genau sagen aber da habt ihr so eine grobe richtweite schmecken jetzt eigentlich erst mal die pommes ja also sehr kartoffel ich das ist gut aber ich habe schon mal beides besser gesagt die pommes finde ich okay von nordsee schön dick cremig aber wir haben so leichten beigeschmack dass ich zu hause selbst ich zu hause hatte schon bessere promesse die pommes finde ich okay bräuchte ich aber nicht wie schmeckt jetzt diese fischnuggets oder dieser fischnugget panade ist super hat eine schöne jubb gerade an der nase von der scheiß maske immer wenn die hier so rauf liegt und gerade mit heuschnupfen ganz blöde geschichte immer wenn das hier so drauf drückt egal anderes thema schmeckt panade ist sehr präsent das innere ist sehr neutral schmeckt nicht fischig muss ich sagen habe nicht diesen fisch aroma oder so dass er viele gerne einsetzen es hat aber wirklich diese konsistenz von fisch also bei diesen fischnuggets hast du einfach diese gleiche konsistenz die so schön cremig ist aber eine leichte struktur trotzdem hat ich finde es gut dass es nicht diesen fisch geschmack hat weil ich bin kein fan von diesem fisch geschmack krams das hier versucht was relativ neutral ist aber es ist ein grundgeschmack ist da es wird aber nicht mit absicht versucht das muss wie fisch schmecken es wird in die richtung was aber lecker ist also schmeckt also kann ich nichts negatives zu sagen und mit der regel garen remoulade zusammen da muss man sagen da ist das fast schon eine perfekte kopie also die remoulade überdeckt natürlich sehr viel macht sie beim fisch ja auch aber die remoulade ist sehr 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 gut muss man sagen also die remoulade für eine vegane remoulade aber an der scheitert es am ende man schmeckt dass es keine richtige remoulade ist das hat noch einen leichten beigeschmack so leicht süßlichen die ich von remoulade so nicht gewohnt bin es passt aber sehr sehr gut und es ist eine leckere remoulade die ich auch kaufen würde wenn ich sie also im supermarkt liegen würde was hat die säure das cremiger wir sagen so leicht süßlich ist was aber nicht schlimm ist aber die remoulade ist sehr sehr gut den pommes passen die komischerweise wieder nicht so gut was zum fischen dann passt die remoulade viel viel besser weil es dann ein schöner angenehmer und ja wie sagt man homogen könnte man wirklich so was sagen also es harmoniert so wunderbar also die remoulade harmoniert wunderbar mit dem fisch oder mit dem fisch muss man ja wieder sagen also passt ja also es schmeckt ich würde aber sagen die kiste ist mir so ein tick zu klein es könnten mehr fischdinger sein ich finde es lecker würde ich euch wirklich empfehlen probiert es mal aus es schmeckt ob es dem preis wert ist das ist so die einzige knackpunkt den ich gerade habe dann würde ich mal sagen viereinhalb von fünf es ist wirklich ein sehr sehr gutes produkt die pommes sind nicht die besten und der preis das ist so wo ich jetzt so ein kopf so ein bisschen hadere an das grundprodukt so was gedacht ist das ist sehr sehr lecker und gut gelungen jetzt probieren wir das baguette aus mit dem roggenbrot ich bin ja eigentlich so ein hellbrot fan war schon immer so ich weiß nicht wie das bei euch ist ob ihr so dunkles brot mögt oder dunkleres brot oder roggenbrot oder ob er auch eher so der weizen fan seid mal gucken der werte blende ich euch gerade ein da habt ihr die mal ganz grob ist mich gespannt wie das in kombination schmeckt es soll angeblich ein frisch sein sie hat gesagt es war höchstens zehn minuten in der auslage ich hoffe es stimmt also ich weiß rein hier ein bisschen musik darunter gelegt und wir sehen uns gleich wieder ja und da sind wir wieder und was soll ich sagen ich finde es ehrlich gesagt nur okay das brot also es liegt nicht daran dass ich kein roggenbrot mag aber so aber ich finde das gebrot nicht so perfekt jetzt hat das brot müsste irgendwie fluffiger sein das hat so eine leicht trockene konsistenz oder trockenen geschmack wirklich und wenn er so ein bisschen ja fluffiger squeezy keine ahnung es müsste irgendwie so ein bisschen saftiger sein dass diese hellbrote haben wir so eine gewisse saftigkeit und das fehlt dem brot und das brot muss sagen nimmt aber dem fisch und der remoulade sehr viel geschmack weg also der fisch und die remoulade glaube ich sind wieder sehr lecker ich probiere das jetzt noch einmal so ich klappe das hier mal raus damit ich das so noch mal probieren kann ob da jetzt salat bei ist oder nicht ja schmeckt eins sind wirklich besser ein bisschen präsenter aber nicht so gut wie die die hier schmecken besser die kipperlinge sind besser als das backfisch baguette also ein baguette habe ich mir ein bisschen mehr erwartet das ist eher so ein produkt es hat so einen geschmack der einfach da ist finde ich also reißt mich nicht vom hocker weiß es noch mal rein aber ja es ist wirklich das brot das brot ist ein kleines problem ich kann sagen gut dass es vegan ist ja schmeckt es ist vegan du kannst es essen aber das backfisch brötchen haut mich persönlich nicht vom hocker wird ich mir auch nicht wieder kaufen also wird mir eher diese box kaufen auch wenn ich den preis und die größe irgendwie doof finde aber das backfisch brötchen so in dieser form wie sie jetzt ist stand heute 7 april würde ich sagen ist okay schmeckt aber wird von mir nur dreieinhalb von fünf punkte bekommen also die grundidee ist gut ist es essbar aber es ist kein mega highlight wo du jetzt geschmack wie ich denkst das geil vom geschmack also es ist einfach so es ist so neutral vom geschmack dass der geschmack den flöten geht und das ist ja doof ich will ja auch ein bisschen dass es nach was schmeckt und die schmeckt das hauptsächlich nach brot und das ding in drin geht unter aber eine gute lösung ich bin gespannt was da noch passiert ich bin gespannt ob ihr es probieren werde vielleicht seid der nordsee fans habt vielleicht eure fischbox öfters gekauft wie sagt die vegane remoulade richtig gut gelungen das muss ich sagen ist auch ein highlight mit den kibberlingen zusammen ich fahre jetzt nach hause es den rest dann da auf und ich sage jetzt danke fürs zuschauen ich freue mich auf eure kommentare werdet ihr es ausprobieren schreibt es gerne rein und oder wenn ihr schon probiert habt schreibt gerne rein wie es euch geschmeckt hat wir sehen uns in eines der nächsten videos wieder vielleicht auch mal wieder mit nordsee mal gucken mal was die noch so haben wenn es gewünscht ist schreibt in die kommentare wir sehen uns bis dahin ciao euer bob